jetzt der feuertanz den gab es schon mal ich werde noch mal entzünden hier sogar schon die f2 nummern der vesuv gegen den etna super etna das ist ja beängstigend ja also der vesuv gewinnt eigentlich immer so regenbogen gegen multieffekt also pfeifen tut die multieffekt das römische licht naja das ist ja mal vollkommen durchgezündet die sambafontäne mal ein bisschen auf abstand die ist sehr angenehm die zauberflöte cool und jetzt zum abschluss das highlight die zauberbox hoffentlich ist sie gut naja ein paar bienen sind gegangen ja gut hier sind sie dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss